So, ready? Pulver will eigentlich nur 1 gegen 1 geben, glaube ich. Gegen wen? Und dich? Ich glaube gegen Julian. Ja, vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Sag mal, cool, wo hattest du eigentlich meine Map, die du letztens gespielt hast? Das ist keine, die ich dir gezeigt habe? Äh, weiß ich nicht, Digga. Ich glaube, die habe ich gefunden, als ich den Restmüll rausgebracht habe. Dann lag die da schon in der Tonne. Oder was? Weißt du, dann nehmen wir einen Kanal, der so respektvoll mit seinen Fans umgeht. Oder eher Zuschauern. Fans kann man ja nicht sagen. Ihr seid eher Hater. Anni de Ducke. Callback, wuh! Ja, aber irgendeiner hat die Welt jetzt richtig gehatet, Ledo. Ich fand die eigentlich ganz knorkel. Wen? Ich glaube, M wurde die gehatet. Kann das sein? Anni de Ducke fandest du ganz knorkel? Die Map, Digga! In diesem Tag ist schon immer Trash gewesen. Das habe ich schon immer gesagt. Schon immer Trash, das stimmt. Wer so über seine Fans lästert. Nur ihre schwitzigen Fans. Scheiße, ich habe keinen Tag gebaut, man. Geht schon wieder los. Junge, wenn mich einer irgendwie auf der Straße ansprechen würde und sage, hier Küche, ich bin ein Fan von dir. Warum auch immer, es wird eh nicht passieren. Ey, die sind schon wieder Buster, ne? Pass doch. Dann, und der eine Umarmung will, dann kriegt der natürlich auch eine Umarmung. Ist doch ganz klar. Ist doch logisch, wenn ja nicht. Also, das gehört sich doch. Ja. Was ich aber nicht gehört, ist fucking jedes Game Buster zu spielen. Es ist ja wirklich das nervigste! Ja. Was man nur tun kann. Die Gehrei wäre sogar noch schlimmer. Die Gehrei wäre sogar noch schlimmer. Das ist ja daran schlimm! Ja, vielleicht, dass er einfach zwei Cannons baut und dann mit vieren schießt. Ich glaube, wenn der so OP wäre, würden wir mehr spielen. Wer spielt denn mit der Igelei auf Ernst? Ja, weil es ein Meme ist, klar, aber trotzdem. Also, nein, Igelei ist schon OP. Kann man schon spielen. Wurde auch gefickt in der FPL teilweise. Ja, dann muss es ja OP sein. Ja, OP habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du hast gefragt, wer das auf Ernst spielt. Ich habe gesagt, es gibt welche. Ja, dann sagt man lieber, nee, wir haben das alles gecheckt. Das ist alles auf Herzblähen geprüft. Also, Wirecard kann ich da nur empfehlen. Das ist top in this. Denkt daran, eure Akkus irgendwie weit weg zu play ist, wenn ihr welche play ist. Ja. Das ist richtig. Ja, das wäre toxic, ne? Boah, es... Ja, jedes Mal halt. Da möchte ich offen sprechen. Jedes Mal. Jedes Mal in der letzten Zeit, wenn wir da hier Dings spielen müssen, gegen Buster, dann ist es halt nervig einfach, ne? Das stimmt. Ausgesprochen sogar. Und ausgesprochen auch. Verschwiegen, meinst du dann quasi? Das ist verschwiegen nervig. Wolltest du schon, den Steffen in dem Opel Corsa zu sehen? Mit fünf Leuten? Das ist jetzt so wild, ne? Ich hätte auch alle mitgenommen, wenn alle mitgegangen wären, ne? Dann wären halt noch drei in den Kofferraum gegangen. Drei in den Kofferraum gegangen. Wir waren da schon mit richtig vielen Leuten drin. Jetzt belaste dich bitte nicht selber, uns wie... Warum? Kennt doch keiner mein Kennzeichen. Ich hoffe, das zendierst du raus in den Block. Wie? Hä? Töne ich nicht? Wurzeln, Kennzeichen kann man ja immer noch leaken. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja ein Autokennzeichen und keine Personenkennzeichen, sag ich mal. Stimmt, das ist ja nicht mal mein Auto. Das... Da hast du jetzt gesagt. Nö, es ist nicht mal mein Auto. Ich verdiene mein Geld, ehrlich. Ich sehe es nicht. Ich habe irgendeine Beginn. Ich habe Eigentum, irgendeine Bamba. Ich muss ganz gefährlich niesen. Esch abonniert im sechsten Monat. Kuss, kuss, kuss. Ach, hast du Kuss gar nicht gesehen, wenn meine Kamera leer ist. Kacke. Noch kein Blindakku geschoppt, ey. Halt ein Sandsecke eigentlich auch dieses Flammenzeug ab, oder nur Schilde? Ja, aber nicht so sehr. Also, es geht halt schon noch gut, ne? Was ist denn Warrior, Alter? Was ist denn Warrior, Alter? So, Warrior hat's geprisst. Ja, aber das schwankt halt so richtig ekelhaft. Jetzt, wenn du drauf kannst, geh drauf. Ja. No! Ja, die Cannon ist runtergefallen, ne? Aber das reicht nur für unser eins und nicht für deren eins. Ja, ja, das ist auch richtig. Oder was? Traurig, oder was, ne? Wie ist denn das passiert? Ich habe einen Jobshot auf die Cannon bekommen. Das hab ich ja nachzulassen, ey. Du, also ehrlich, ich... Also, das rall ich jetzt wirklich nicht, wie das jetzt passieren konnte. Ja, du musst nicht alles im Leben verstehen. Das stimmt. Ja, Mann, das ist doch schon wieder so affig, ne? Ja. Wirst du sagen, affig oder albern? Unser eins wäre da eh schon wieder raus. Egal, es gibt's doch nicht. Ja, ja, komm, 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 komm. Ja! Was denn? Oben hat richtig kassiert. Ne, nicht oben. Zweiter auch von oben hat richtig kassiert. Da ist der Haui richtig ins Ghetto-Graftwerk. Mach mal das Todes mit Lack einschweißen. Kann der eigentlich noch leben? Ja, äh, Second Bottom, wollen wir den mal finishen oder? Ist nicht so wichtig. Geht grad wirklich nicht bei mir. Oh mein Gott. So, dat gibt jetzt Ärger. Oh mein Gott, ich hab fail die Gunner. Alter, ich treff die nicht, Küche. Ist das irgendwie was besorgen oder? Eigentlich nicht, ey. Ich wünsche. Das ist schlecht. Oh mein Gott, Digga. Ich schieße aber auch wirklich in sie nichts gerade. Ey, sorry. Halb so wild. Ne, das ist wirklich nicht halb so wild. Ja, piss dich mal. Ich piss mich aber ein. Was jetzt? Jetzt bin ich schon eingepisst. Was machen wir jetzt? Ja, schlecht. Nein. Wie ist er? Er holt den einfach nicht. Er holt den nicht. Küchert alles in der Hand und er verkackt es wie immer. Wie immer. Wie Nikol. Wie kann er den nicht treffen? Ich treffe keinen einzigen Gunner da. Ich habe jetzt nicht verstanden, wie das gerade passiert ist hier. Ich habe alles verloren. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Ey, das habe ich da wirklich nicht gerast. Das hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen eigentlich, wie das jetzt passiert ist. Fack mich mal. Wie ich vorhin da den Shot kassiert habe. Eigentlich war alles gut und dann... Passiert halt legit Müll, ey. Keine Ahnung. Der einzige Nachteil in dieser Mod ist, jede Explosion sieht krasser aus als sie ist und du denkst, du hättest voll was rausgenommen, aber ist gar nicht. Kommt mir in der Regel die ganze Zeit nur was rausgenommen. Wie kann der denn schon wieder raus sein? Junge, wie kann das ein Chorschaden machen? Ich habe so viele Fragen, die mir gerade die ganze Zeit. Junge, die Runde ist doch sowas von gekauft. Fühlt sich echt ein bisschen so an, ey. Hallo, wie ist das ein Chorschaden die ganze Zeit? Das ist so ein Chorschaden, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ey. Ja, gut, ich würde es lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es noch nie gesehen hätte. Ich habe das schon oft gesehen, aber ich habe es lange nicht mehr gesehen. In Schwachsinn hier, in Erbärmung. Mal gucken, ihr das an. Und dann... Nö, meine Gunners müssen auch gar nicht schießen eigentlich. Ist überhaupt nicht nötig. Ich verstehe auch nicht, warum die das machen sollen. Ja, komm, ey. Mach doch, dass ich endlich einreiße, ja, komm. Das ist einfach die Definition von unserer Eins, diese Runde. Boah, ist aber auch nichts mehr übrig hier da unten. Naja, ist nix mehr. Junge, er schreibt Spook Yippie, Alter. Wir spielen zwei Runden hintereinander Spook. Wir spielen jeden Donnerstag gegen... Durchgängig gegen Buster. Erzählt mir einen von Spook Yippie. Ich denke, du machst das. Ja, wenn der sich da mal verbinden würde, danke. Ah, guter Punkt. Embo schreibt im Chat, wo ist eigentlich Luca da komisch? Er sieht keine Facecam. Nö, das ist... Der will sich nicht mehr zeigen. Der schämt sich jetzt. Ich habe mich eigentlich schon immer geschämt. Aber bisher hat er keine Schwäche gezeigt, ne? Heute ist der Tag. Ja, fast kommt der durch, Junge. Ja, rein an den Wurzbären, Junge. Guten Morgen. Hallo. Der hat auch noch gefehlt. Gibt es irgendwas gratis? Ja, aus Maul. Ja, Tilt. Tilt gibt es. Und wo kennst du Christoph? Christoph? Christophs Maul. Das heißt Christian, hallo, was ist los mit dir? Christian, ne? Christian aufs Maul. Oh, jetzt nochmal so hitten, dass man kranker Hit. Ja, aber nee, lieber wenn er die andere in den Wurzbären setzt. Okay. Ach, komm, halt doch. Der alles Hater. Wie kann er denn so ein Hater sein? Im 1v4. Gordon hat halt einen Punkt, Junge. Die spielt quasi die ganze Salzburg, weil die streams. Er ist stark. Guck ich dir jetzt. Ja, jetzt, jetzt. Drück doch mal Tee, dann lass doch mal ein bisschen mehr Energy. Das stimmt. Ja, weil Energy das Problem ist. Nee, dann aim ich das Problem. Kann dir gar nicht sagen, wer hier das Problem ist. Das Problem sitzt meistens vom Rechner in Hamm irgendwo. Leben sitzt in Wanne Eickel in seinem dreckigen kleinen Kellerloch. Hallo. Und hat die Kamera aus. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Einfach gar nicht mehr schießen. So ist gut. Großgutküche. Digga, wie soll ich denn? Einfach gar nicht mehr schießen. Was soll ich denn machen? Schießen. Ja, womit denn? Mit Tee zum Beispiel. Mit Tee schieß ich nicht. Ja, Digga, keine Ahnung so. Ja, komm. Du standest einfach jetzt dran 10 Minuten rum in der Ohren. Tee schaffst kein 1v4. Darum geht's doch gar nicht. Du standest einfach 10 Minuten rum, ey. Auf deinem wackeligen Bein. Ja, Emu. Hörst du, was es hier gibt? Ja, ich finde das gut. Das ist genau... Bei sowas gehe ich auf. Ja, nein. Ja, ich finde das gut.